Liebe Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zurück zu Ostwind Aris Ankunft und ja, jetzt ist es mal wieder soweit. Ich habe es ja schon im Patch-Video, im Update-Video angekündigt. Mit dem fetten, richtig, richtig coolen Patch 1.3, den Acey hier rausgekauen hat für Ostwind Aris Ankunft, gibt es auch bei mir auf dem Kanal exklusiv ein fettes, wirklich richtig cooles Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr Ostwind Aris Ankunft gewinnen für entweder den PC oder aber auch die Playstation 4 oder wenn ihr eine habt, die Nintendo Switch. Ich habe mehrere Ausgaben für jede Plattform hier liegen. An erster Stelle nochmal an Asia, fettes, fettes Dankeschön für dieses echt richtig, richtig coole Software-Paket. Und an euch jetzt natürlich die Frage, wer will mitmachen, wer hat Lust, wer hat Bock auf Ostwind. Was müsst ihr tun? Also, es gilt wie immer, ihr müsst mir auf jeden Fall Bescheid geben, dass ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt. Ihr müsst mir eure Adresse schicken. Ihr müsst auch mindestens 16 Jahre alt sein. Also, wie ich schon sagte, mindestens 16 Jahre alt sein oder die Erlaubnis der Eltern haben, dass du beim Gewinnspiel hier, beziehungsweise bei der Verlosung, es ist ja kein Gewinnspiel, ihr müsst ja nichts machen, also bei der Verlosung mitmachen darfst. Also, ich brauche eure Adresse, die kannst du mir schicken über Instagram, Direktnachricht, per Discord, per E-Mail an derpekyyoutube, also derpekyyt at gmail.com. Ihr habt ja beim letzten Gewinnspiel schon so fleißig mitgemacht und da haben sich ja viele auch ein Spiel gewünscht, was ich ihnen nicht schicken konnte, da ich ja nur das eine Spiel zur Verfügung hatte beim letzten Mal. Aber da mich ja Asia dieses Mal so richtig, 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 richtig cool mit einem fetten Softwarepaket versorgt, glaube ich, kann ich hier sehr viele von euch da draußen glücklich machen. Bitte schreibt mir die Adresse oder irgend sowas nicht unten ins Kommentarfeld, sondern schickt es mir persönlich und direkt, wie gesagt, also Discord oder auch auf Instagram per Direktnachricht oder auch per E-Mail an derpekyyt at gmail.com. Ich brauche natürlich von euch euren Namen und eure Adresse und auch die richtige Adresse. Beim letzten Gewinnspiel gab es da ein paar Probleme, da sind ein, zwei Pakete zurückgekommen, weil die Adresse nicht verfügbar ist bzw. nicht existiert. Das ist natürlich bitter, weil ihr dürft nicht vergessen, Leute, ich bezahle ja auch die Pakete, die dann an euch rauskommen. Und also bitte achtet darauf, dass ihr mir auch die richtige Adresse gebt und dann kriegt ihr auch ein Paket. Ich brauche natürlich von euch auch die Info dann, für welche Plattform ihr das Spiel gerne hättet. Also wenn ihr es für die Switch wollt, müsst ihr mir reinschreiben, ich hätte gerne das Spiel für die Switch oder für die Playstation 4 oder halt eben für den PC. Und dann, wenn ihr Glück habt, ist auch eine Kopie des Spiels auf dem Weg zu euch. Also wenn ihr Bock auf Ostwind Aris Ankunft habt, dann macht mit bei diesem wunderbaren Giveaway, bei dieser fantastischen Verlosung. Krasse Sache, vielen, vielen lieben Dank an Asia, dass ihr die Möglichkeit zur Verfügung stellen hier, so viele, so coole Sachen an euch rauszuballern. Also, wenn ihr schon dachtet, die letzte Verlosung war krass, das hier wird richtig, richtig derb. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück an diejenigen, die es versuchen, ein Spiel zu ergattern. Wie gesagt, alle nötigen Infos auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten schickt ihr mir eine Direktnachricht an die genannten Stellen. Wenn ihr jetzt beim letzten Mal schon mitgemacht habt und sagtet, ja, du hast doch meine Adresse schon hier, Krasse Sache, schaust du noch auf und nach. Nein, sorry, tut mir leid. Schickt sie mir bitte einfach nochmal an die Adressen. Per E-Mail, per Instagram oder per Discord. Ja, dann viel Spaß beim Mitmachen. Herzlichen Dank an euch und an Asia nochmal an der Stelle. Ich verpacke dann schon mal die Spiele und wir sehen uns beim nächsten Mal. Könnt ihr auch nochmal einen dicken Daumen da lassen, wenn euch so eine Aktion gefällt. Vielleicht können wir dann sowas ja immer mal wieder öfter machen. Ihr müsst natürlich auch den Kanal abonniert haben, wenn ihr mitmacht und so weiter und liken und bla bla. Ihr wisst ja, dieses ganze Thema. Damit wir sowas in Zukunft auch noch weitermachen können und der Kanal auch ein bisschen davon profitiert. Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Viel Glück an alle und vielen Dank nochmal. Bis dann. Macht's gut. Und ja, freut euch auf das Spiel. Tschüss.